Fresh ASMR-Schutzung und mit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute, ich bin eigentlich bei Minecraft Bedwars, ich hatte immer mal Lust, diese MHA Bedwars aufzunehmen. Ich hörte mich noch ein bisschen warm spielen hier vorher. Ich habe das schon ein bisschen gemacht, deswegen werde ich das jetzt hier im Video nicht allzu lang machen. Aber ja. Wow. Das geht gerade mit mir ab. Ich kann gar nicht fahren, also gut. Habe ich ihn für eine Klickzahl. Das klingt bei mir gerade. Wir gucken hoffentlich im M4-Spiel mehr an. Ich habe mein Mikrofon auch mal ein bisschen umgestellt. So, dass ihr ein bisschen mehr Tastato-Sounds und sowas hört. Gucken wir noch ein bisschen am Jusen. Das kann ich leider nicht so gut. Das geht leider nicht so gut. Was ist denn los? Hä? Ach, lädt mich doch. So, wir sind uns gleich. In der Bedwars-Runde. So, wir sind jetzt hier in der Runde. Ziemlich unfair. Aber auf der schönen, klassisch alten Map. Candy. Auch sehr schöne Map. Habe ich auch gerne gespielt mit dem Ballon in der Mitte. Oder was das sein soll. Auch sehr gerne drauf geraged und alles. Ach ne, das soll auch kein Ballon sein. Aber ja, ich denke mal, wir werden das relativ schnell drehen. Okay. Und ja. Und ja. So. 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 Brrr, das war richtig schlecht. So. Gehen wir hier hoch. Ich baue mich auch schon mal zu Yellow. Man konnte auch richtig bei den Jump Run in der Mitte rädchen, wenn man einfach zu verkackt hat, wenn man einfach zu schlecht ist wie ich gerade. Boah. Auf acht Gold. Oh, nö. Was mache ich? Wie ist denn die blau? Oh ja. So, mal gucken. Ich habe ein paar Schuhe hier. Ich habe ein bisschen was zu essen. Damit ich regenerieren. Eigentlich wollte ich auf der Map Kingdom spielen, aber da gab es leider zu wenig Leute. Und deswegen sind die Runden nicht gestartet. Okay, wir haben von einem Team das Bett abgebaut. Sehr gut. von dem Rot. Von dem Rot. auf dem Rot. Wenn ich hier so schnau. Ich weiß nicht, wie ich... Da war ich mich auf dem Kabel. Jo, der hackt oder was? Jo. Das war... Oder gibt es da ein Item? Oh nein, ich bin nicht tot. Der hat starkes Zeug. Ich bin immer der, der so den Weg präpariert hat. Außer wenn die Runden so extrem lang gehen, dann hab ich einfach gemacht, hab ich rüber von oben gebaut, dann hab ich das wieder gebaut. Manchmal funktioniert dieser blöden Maufsaus bei mir nicht mehr richtig. Das ist knock-knock. Nicht hoch genug. Barbara. Ich könnte ja einfach mal zu einem anderen Team rot gehen und mich dort einfach equippen. Könnte ich auch ganz viele Schafe holen und dann kann ich den easy platt machen. Ah, Mist. Komm, lass mich da hoch. Denke. So. Genau, guck mal, wie viel Zeug hier ist. Boah. Guck dir das mal an. Es war auch kein... Oh, das hab ich nicht genug. Bruh. Eins. Da. Warum ist es so ein Schild? Ich brauch das Schild nicht. Na gut. So, natürlich brauch ich auch noch trotzdem einen Knockback-Stick. Blöcke. Und jetzt geh ich mal rüber. Oh, Leute, wir haben gewonnen. GG. Toll ist, ob ich mich gerade erst equippt. GG. Haben wir gewonnen. Gucken, ob ich noch eine zweite Runde finde. So. Wir sind jetzt hier. Nochmal auf die Mioja. Machen nochmal Jump'n'Run. Und ja. Verleitet schon sie ja. Ich habe heute ist nämlich eigentlich schon der nächste Tag. denn ich habe gestern schon das Tag Jump'n'Run gemacht. Mist. Und irgendwann hatte ich dann auf einmal keinen Ton mehr. Das habe ich gerade im Schnitt bemerkt. Und deswegen muss ich jetzt hier noch ein bisschen was aufnehmen. Weil das Video sonst zu kurz wird. Ich hatte Sprünge, wo Teppich drauf sind. Macht der Teppich eigentlich? Ja. Mist. Warum machen die Leute Teppich drauf? Das ist nervig. Na ja. Eigentlich wollte ich das heutige Tag schon mal noch aufnehmen. Habe ich auch vorhin gemacht. Aber ich habe 33 Minuten gebraucht. Und bin die ganze Zeit zu ausgerastet. Ich werde tun auch nochmal Best of Rage auf meinem Hauptgenal. Das Video werde ich dann verlinken. Hochladen. Und ja. Da könnt ihr euch das auch immer anschauen, wenn ihr Lust habt. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier hin? Ja. Oh. Okay. Mist. Ich habe keine Lust um Doppeljump zu machen. Ach. Komm. Oh nö. Diese Sprünge sind so schwer. Guck mal. Das war perfekt. Guck. Kuck. Hmm. 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 Spasti. Was steht da? Vollidiot. Sorry. Ah, hier ist ein Jackpot. Okay. Ach komm, wenn man nicht bei den einfachsten Punkt schafft. Oh, wie ist er da, weil ich sprang? Ich bin immer noch ein bisschen sauer von dem blöden Chipman vorhin. 33 Minuten habe ich gebraucht und 331 Versuche. Und ich war so oft ganz, ganz knapp davor, es zu schaffen. Man hat nur sieben Sekunden für das Jump Run Zeit. Das war halt das Problem. Ja, endlich. Ich bin schon wieder voll am Ausrissen. Okay, das ist so. Ja, da muss ich wahrscheinlich durchjumpen. Ah, das war viel zu früh. Ich bin schon wieder. Hey, mein Morgen hör ich den. So, ist nicht gekommen. Bisher gefällt mir das. Ich muss versuchen, auf die Ecke zu springen. Ah, ich wusste es. Suche es mal von hier. Ja. Oh, nö. Oha, first try. Loll. In Abkürzung genommen einfach. Ab durchs Ende. Oh geil, hier sind die drei Kristalle. Die Mann. Mist. Ach, ich muss da lang. Oder was? Steht da. Wo ist der? In der drei. Steht hier. Wer ist denn hier? Wo ist der? Good question, man. Oha, ja. Aua. Ab jetzt raus. Ja, haben wir es geschafft. Tsch, tsch. Dann hoffe ich dir das Video gefallen. Das ist gerne kostenlos. An Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Einen auf. Schau. laş tworzy, eine repetkij und 2 Literatur. X2 407akt. Luckyㅋㅋㅋㅋ Vielen Dank.